also falls jemand von ubisoft zuschaut ich wünsche mir im neuen siedler dass die ki ist in der lage in der lage ist aufzugeben wenn es sinnlos wird scheiß drauf scheiß drauf was ist denn hier los willst du mich jetzt mit deinem t1 druck beeindrucken oder was hi felix ja komm greif mich an sammeln sammeln so wie kann es eigentlich sein dass ich auf einmal 100 steine habe weil die wahrscheinlich irgendwo rumliegen ja natürlich also wenn ich geld wer ja mir würde jetzt der arsch auf grundeis gehen wenn er so weitermacht hat er irgendwann mal meine bogenschützen weg ja irgendwann hat es geschafft ist so 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 jetzt dürft so so irgendwo fehlen mir Spitzhacken warum sagt mir das keiner so tschüss Tempel tschüss war schön mit dir komm jetzt mach ihn weg wohin jetzt wohin jetzt Jetzt gibt es auch endlich mal Verluste beim Gegner. 28 Schwertkämpfer. Wie war das mit der Burg? Wir stellen euch mal hier hin. Er hat den Aussichtsun getötet. Oh. Lasst mal die Schwertis rankommen. Geht mal aus dem Weg. Geht mal aus dem Weg. Okay, also Siedler sollten wir jetzt haben. Alter, wie die die Steine hier wegfressen. GG, easy würde ich sagen. Ja, GG. Jetzt haben wir, weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, weil jetzt müssen wir ja trotzdem ja dann noch alle Türme rausnehmen gehen. Was ist denn hier los? Wie viele Schwertis? Das ist eine Waffenproduktion, sehr schön. Weg damit. So, und ihr geht jetzt einfach mal... Hier muss ja irgendwo ein Turm stehen, ne? Da ist deine Scheiß-Kaserne. Stopp. Also, falls jemand von Ubisoft zuschaut. Ich wünsche mir im neuen Siedler, dass die KI es in der Lage ist, aufzugeben, wenn es sinnlos wird. White Wolf würde mehr Schwerter bauen. Ja. Bilder machen. Ja. Höfst. Ach, du bist. Ah, das steht. Einen. Be компании? Du bist nicht so. Immer für bist? Oh, du bist. Ich denke, jetzt bin ich glücklich. Ich denke, dass du bist. Ich denke, wenn du bist. Geh Black 서울 ist dann so. Und du bist. Dü bist. Ich denke, wir gut, dass du bist so. Oh, haben wir noch einen Turm eingenommen? Ey, wie... Und wie Kilometer ewig und so ist jetzt das Land von den Vögeln hier? Gehen die Schwertis aus? Scheiße. Das wird schon mit dem Turm jetzt knapp. Mein letzter Schwertkämpfer. Zurück. Toll. Warum kommt hier eigentlich nichts mehr nach? Kohleminen liegen voll? Oh. 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 Es ist ein Problem, ne? Es ist einfach auch keine Kohle mehr da. Es ist einfach keine Kohle mehr da. Ja, da sind noch 10 Schwertkämpfer. Okay, es kommen noch ein paar. Okay, dann können wir hier nichts mehr tun. Ne. Achso, er hat viel mit Pionieren gemacht. hier, ne? Die haben wir ja vorhin getötet. Ey, die sind... Blau hat mehr. Mein Mate hat mehr wie die zwei. Und was hat mein Mate? Nix. Zwei Patrouillen. Ich könnte hergehen und anfangen F9 zu drücken, oder? Wann habe ich jetzt die Bug besitzt? F9, F9. Hä? Schwertkämpfer am Start? Drauf! Spielzeit 2 Stunden 40. Was ist denn das hier? Der hat hier keine Türme. Oh, sind wir endlich oben angekommen. Dass ich das noch erleben darf. Da ist nichts mehr. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Hä, blau? Das gehört blau? Hat er jetzt selber wieder angegriffen? Du bist ja cool. So, und irgendwo müssten doch hier jetzt auch noch Schwertis rumrennen. Die schicken wir dann halt mal hier rein. Und hier rein. Da war ja der blaue gar nicht so unnütz. Also eigentlich schon, aber gar nicht so. Ah, Henni gibt's heute wieder alles. Prima. Was ist das denn da? Ein Bug. So, dann probieren wir es doch nochmal mit 19 Tier 2 Schwertkämpfern auf diese Kackburg. Hier geht's schön aus dem Weg. Was ist denn das jetzt hier? Wo sind denn überhaupt noch Türme? Hä? Hä? Ey, zu viel beschissene Pioniere am Start, oder was? Toll, ey. Blau geht ab, ne? Hab ich jetzt endlich eine Burg eingenommen? Komm, Vereine reicht's. Aber auch nur Vereine. Noch zwei Schwertkämpfe, das gibt's doch nicht. Und vor allem, was ist denn da mit hier? Spielen wir jetzt hier verstecken, oder was? дела? Komm, Gib'r tomatoes. G Berg, Dann geht's doch mal das. Ich darf nicht, bitte etwas Finally, Oh, die sind ja vollgelaufen, die Steinmetze. Seit wann, seit wann gibt es Tiger oder Jaguar? In Siedler 4. Ist mir in 20 Jahren nicht aufgefunden. Was hat man hier eingenommen? Hey, der blaue geht ab. Aber vernichtet haben wir irgendwie keinen. Ah, noch 10 Minuten, come on. Okay. Der ist... Nicht dein Ernst. Da war wohl auch noch einer. Ja gut, der blaue, der sieht die vielleicht besser wie ich, ne? KI, die läuft drauf zu. Aber hier ist doch nichts mehr von gelb, hier ist doch nur noch grün. Wie wär's mit cheaten? MVP, blaue KI. Ja, genau. Aber ich fand schon cool, wie der blaue... Wo ich fang an, ihn zu verteidigen und er denkt, yo, greif ich an. Da ist noch ein Türmchen. Ey, da hat er sogar noch Truppen oder ein Tier auf einmal her. Also gelb hat nix mehr. Null. Habe ich die Meldung nur nicht gelesen, dass er vernichtet wurde? Soll ich hier keine Bogenschützen mehr? Er ist Schwertkämpfer. Kohle. Wir brauchen Kohle. Da oben ist Kohle. Das muss es doch jetzt sein. F9. 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 Jetzt haben wir hier noch Schwertis 22. Kommt her. 34. Hä? Bin ich jetzt auf einmal her? Ja, geil. Also mit denen muss es doch reichen. Bäm. Bäm. Wow. Okay, liebe Zocker-Launcher. Diese Karte ist offensichtlich Nordamerika, wenn man sich das mal anguckt. Ähm. Das ist eine coole Mission. Doch, das ist eine coole Mission. Die kann man mal spielen. Ähm. Hinten raus. Aber komplett ätzend, weil wegen den Pionieren du eigentlich nicht weißt, wo diese Türme sind. Und die Frage ist beantwortet, ob die blaue KI überleben kann. Ja, kann sie. Und sie kämpft sogar mit. Das habe ich so auch noch nie gesehen, ja. Ich hatte noch nie, wirklich noch nie in Siedler 4 gesehen, dass eine verbündete KI irgendwas tut. Und das war, das war Premiere. Geil. Okay, also in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Einen schönen Wochenstart, ähm, Livestream technisch nächste Woche. There are Billions, Age of Empires 3 und am Sonntag wieder Siedler 4. Das ist mal der grobe Plan. Terminänderung kann es geben. Falls sie sich, ähm, beim Tournament doch noch entscheiden, mit Zuschauern spielen zu wollen. Mal gucken. Dann werde ich das natürlich streamen, wenn das dementsprechend abends ist. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein. Ciao.